Hallo Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Emergency 2.0 Modifikation Lüdenscheid, Linzing Hauptwache und dann legen wir doch gleich mal los, schauen wir mal was für ein neuer Einsatz reinkommen. Verkehrsunfall, Fahrzeuge sind zusammengestoßen. Retten Sie die Fahrer aus den Unfallfahrzeugen, versorgen Sie alle Opfer und schleppen Sie die Unfallfahrzeuge ab. Prüfen Sie darüber hinaus anhand Ihrer Aufgabenliste, was sonst noch zu tun ist. Ja, das ist, ähm, wir müssen jetzt ganz schnell sein. Ähm, Verkehrsunfall, ähm, Brand-Pkw lösen wir doch gleich mal aus. Machen wir nochmal. Brand-Pkw, oh, da ist doch ein bisschen mehr. So, die Polizei, wenn es mal brauchen wir jetzt auch gleich mal, die Polizei geht gleich mal her. Die müssen diese Straße hier absperren. Äh, auch hier. Polizei, Funkstreife. Oh, da ist doch ein bisschen mehr passiert hier. Oha, oha, oha. Absperren. Ui, 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 ui. Da ist ja wirklich viel passiert. Ähm, ja, wie viele Verletzte haben wir denn? Zehn Stück. Okay, gut. Ui, ja. Die anderen können wir sagen, ein Massenanfall von Verletzten. Legen wir los. Okay. Naja, sauber. Das ist jetzt ein krasser Einsatz, Leute. Ja, TVs rücken gleich aus. So, wir müssen jetzt, äh, ganz schnell hergehen. Wir müssen jetzt so schnell, ein schneller Angriff machen. Da zum Beispiel ganz kurz, äh, aber hilft nichts, wir müssen, weil, okay, jetzt ist doch bedrohlich das Ganze. Feuer, Personen drin. All right. So. 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 Alles klar Und jetzt, okay, die legen jetzt eine Leitung Wo rennt denn der schon wieder hin? Mein Gott So Wir können uns schon mal hergehen Erste Opfer kommen Also nicht Opfer, Erste Verletzte RTW hierher, oh mein Gott, das fängt halt zu Tierspringen an hier Schwerding ist angelegt, okay, dann machen wir hier Wird erledigt Erlegen hier So Alter, ich sag's euch, Leute, das ist echt, ähm, das ist richtig krass Also da ist jetzt wirklich was los hier Ähm Alles klar Wobei wir müssen uns alle, wir müssen uns vorher eindämmen Anstöpseln Ist in Arbeit Bin bereit In Ordnung So, Bus wird gelöscht Hinten der Feuer auch gelöscht So Erwarte Befehle Zu Befehl Erwarte Befehle Alles klar Hier liegt ein paar Letzte Wir müssen jetzt wirklich, ähm, schnell sein Ähm, no Okay Jetzt Hallo Jetzt Platz Platz Okay Gut Wo ist denn die Rettungsschere, wo hat denn der die Ich höre doch den jetzt gerade mit der Rettungsschere, wo war denn der jetzt jetzt hin Hm Was gibt's Erwarte Befehle Ist in Arbeit So Die Feuer sind jetzt mal gelöscht Okay, gut Wird gemacht So Kümmerst du Er soll sich jetzt mal gleich um diesen hier kümmern Höre, wird erledigt Was gibt's Was gibt's Was ist denn der jetzt hin Hä Okay Hier Bin bereit Hier muss man rausziehen Person Okay Okay Sofort Rettungsschrauber benötigen Schätze ich mal Bin bereit Wird gemacht Bin bereit Verstanden Na Wo kann der landen Können wir Oh Ne, oder Jetzt ja hier Ja Wir lösen mal aus Ähm Rettungsschreiber Christoph 3 3 So Erwarte Befehle Verstanden Höre Jawohl Höre Sofort Was sich Ich glaube mal hier drum kümmern Bin bereit Okay Geil Was geht Was erledigt So Kirnblutung Ja da brauchen wir einen Rettungsschrauber 100%ig So Wir müssen jetzt gucken Ähm Hier aufmachen Erwarte Befehle Verstanden Höre Kein Problem Bin bereit Sofort Dann nehmen wir gleich mal den ersten Verletzten mit Okay Hier das Ähm Er soll sich glaube ich um diesen hier kümmern Höre Sofort Hier sind noch Personen drin Ja Wird gemacht Wie geht's ihm da Ja Ja wir müssen hier Ein bisschen so schneller arbeiten Hier Kann er ins Krankenhaus Wo ist denn Okay hier ist noch ein RTV Hier sind zwei Lass uns gleich mal anrücken Hier Dann brauchen wir natürlich noch mehr Ähm Wir brauchen RTV 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 Nein 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 Und So Was gibt's Jawohl Bei Schädel Basisproben Ja schauen wir mal ob wir ihn so mitnehmen können So Hier Ähm Ins Krankenhaus Ja Alles klar Höre Bin dabei Das ist eine verletzte Person Kümmern wir uns gleich da drum Bin dabei Dann Ähm Nochmals Zu Befehl Höre Sofort Bin bereit Ja Ja Oder mal gleich den nächsten Christus 17 An Ja Warte befehlen Wir fahren jetzt kreuz und quer Super Was gibt's Was gibt's Erwarte Befehle Ja Okay Ah Schleudertrauma Bin bereit Ja Okay Ins Krankenhaus Ja Warte wir hier hin So Was ist mit dem jetzt Ähm Was war hier Okay Kein Problem Schauen wir mal Höre Höre Ja Okay Gut Ähm Kümmert sich gleich mal hier drum Ja Wird gemacht Hier ist auch noch Vielleicht jemand verletzt Ja Höre Jawohl Hier drum kümmern So Aussteigen Jetzt wollen wir natürlich einen nach dem anderen abarbeiten Erwarte Befehle Bin dabei Okay Hier brauchen wir einen Notarzt Ähm Haben wir noch einen Notarzt übrig Ja hier war doch noch einer Was gibt's Ähm Notarztbewusstsein Ist in Arbeit So Dann brauchen wir Lassen wir gleich wieder aus Nef Ähm Nef Ähm Nef 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 Ist in Arbeit So Höre Kein Problem Was gibt's Bin dabei Nein Hier haben wir noch Ähm Pässe Was gibt's Schöre Trauma Höre 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 Erwarte Befehle Bist in Arbeit Schauen wir mal Ob wir jetzt Ob wir brauchen jetzt keinen Notarzt Ne Passt Wunderbar Super Wir sind der nächste RTW Was ist mit dem jetzt los Hallo Wird erledigt Ah Super Okay Gut Ähm Das können wir abschleppen lassen Haben wir jetzt Ähm Alles So Hier Ja Sofort RTW Hier hin Was geht's Ist in Arbeit So Machen wir jetzt schon drei Ähm Verletzte Eins So Bin bereit Bin dabei Ja Den hat er jetzt Hm Den nehmen wir gar nicht mit Okay Erwarte Befehle Habe ich jetzt So Achtung Squad Was ist mit dem jetzt hier Ich kann den gar nicht auswählen Ja was ist denn da los jetzt Das ist ja komisch Mh So Bin bereit Wird gemacht Okay Der fährt weg Höre Okay Hier brauchen wir einen Notarzt Ähm Wir haben Hier Wo sind die jetzt eigentlich Moment Ähm Hier brauchen wir mehr Wo sind meine Notärzte Hier Ein Notarzt Hier Machen wir hier Und Nächste Hier hin Aussteigen Und Na Wird gemacht Jetzt Okay So Gut Dann können wir wieder da einsteigen Einsteigen So Wo sind jetzt noch Verletzte Ja Verstanden Bin bereit Hier irgendwas stimmt Hier irgendwas stimmt hier nicht Ähm Wo sind die anderen Opfer Okay Wir müssen jetzt wirklich ein bisschen Wir müssen jetzt wirklich ein bisschen Überblick Äh Gewinnen Da ist niemand drin Hier ist auch niemand drin Oh ich sehe jetzt keine verletzten Personen mehr Es sind aber noch fünf Stück Es sind aber noch fünf Stück irgendwie hier Ähm Okay gut Dann machen wir doch mal folgendes Äh Lass mal abschleppen Ja Ist hier noch ein Äh Nein Hier ist nichts mehr Ach doch Hier Hier Oh mein Gott Hier Ja Ähm Und Bin bereit Hier nicht mehr Hier ist auch keiner Hier auch nicht Hä Was geht's Höre 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 verstanden So Das ist tot Ah das ist schade Was schlagt denn so Ist noch ein bisschen drin Ja Hier kann man nichts öffnen Ja auch nicht Ah ja Hier Auch Okay Ne 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 Der ist nicht gut Den können wir Na Gott Ist Ist noch eine Person drin Nein Aber es ist natürlich schlimm Wenn jemand Verstorben ist Das ist natürlich ganz schlimm Was gibt's Wird erledigt Bin bereit Jawohl Bin bereit Okay Es ist sonst Äh Acht Neun Zehn Ja das sind alle Okay gut Ja in Endeffekt Können wir jetzt Äh Ja Die eine verletzte Person Äh Ins Krankenhaus bringen Was geht's Was geht's Ist in Arbeit Leichenbaum dürfte unterwegs Ich bin bereit Die RTVs Die RTVs Die können wir jetzt schon mal Abbrücken lassen Ja das ist echt schade Leute das ist wirklich echt schade Wenn jemand stirbt Auch wenn es natürlich ein Spiel ist Aber ähm Wisst ihr selber in echt Ähm ja Jawohl Das ist immer nicht schön So was Machen die jetzt was Ah ja ok Da bestattet es Was gibt's Ja Ja jetzt lasst mir Erstmal den äh Ja Kein Problem Den RTV rein Was ist denn da jetzt noch Komma Was ist denn das Was geht's Auch Bestattung Das sind jetzt zwei Bestattung Komma Ja Zwei Bestattung Jawohl Was geht's Ja Dann nehmen wir mit Ähm Ganz krank Ja Abtransport Na sauber Ähm Gut Rettungssuchler wird Dann aber benötigt Zu Befehlen Was geht's Ist in Arbeit Erwarte Befehle Bin bereit Wird erledigt Bin bereit Den können wir auflösen Okay Und einmal hier Und einmal hier Alles klar Was geht's Die Rettung Können wir Ist in Arbeit Abziehen lassen Und wir haben jetzt Alle gerettet Abtransportieren Ja Jetzt schauen wir mal Damit dass ich irgendjemand Äh dass da noch jemand rumliegt Aber nein Ich seh niemanden mehr Ich seh niemanden mehr Okay Ja Ein Patienten Auf jeden Fall die Feuerwehr Können wir zusammenpacken lassen Okay Die Opfer sind alle Abtransportiert Leichenwagen Bin bereit Bauen wir nicht mehr Kein Problem Können wir abdrücken lassen Was gibt's Kein Auto So Jetzt Kommen wir mal Eine Feuerwehr Lassen wir aber da Ja Jawohl Das hat halt wirklich Das hat echt heftig G'schöppert hier Machen wir mal ein bisschen Schneller hier Weil wir nicht so lange Warten müssen Hören Jawohl Bin bereit Ist in Arbeit Was geht's Wird gemacht So Handlich verpackt Der Bus Ja Die Stadtreinigung Muss wir dann Auf jeden Fall Nach Saubo machen Bin bereit Ist in Arbeit Oh Wo kommt der jetzt her So Machen wir ein bisschen Schneller Weil Und dann kommt noch Ein Fahrzeug So Lassen wir das noch Abschleppen hier Und dann können wir Die Unfallstelle Räumen Komplett Aber ein Fahrzeug Ist nur unterwegs Ja Ja dann würde ich sagen Haben wir es Gut hinbekommen Knappe halbe Stunde Jetzt Der Einsatz Aber War natürlich schon Ja Heftig Also Leider Todesopfer Leider Naja So ist das Leben Alles klar Was macht der denn jetzt Bewegen wir nochmal Der Herr Und so schnell Und so schnell ist das Wieder geräumt Als wenn nichts Wesen wäre Man glaubt es gar nicht Wenn die Stadtreinigung Alles sauber gemacht hat Dann merkt es keiner mehr Dass der was hier war Ich bin bereit Wird gemacht Ja Gut Die Feuerwehr Kann zusammenpacken Okay Ja den Verkehr da drüben können wir dann eigentlich schon freigeben Jawohl Ja dann drücken die Einheiten ab Ja Dann würde ich sagen Dann haben wir es Jawohl Ich hoffe es hat euch gefallen Leute Ja Wenn ihr mich unterstützen wollt Dann gebt es mir doch gerne einen Daumen nach oben Abonniert es meinen Channel Wenn ihr es noch nicht gemacht habt Teilt es das Video Ja da wäre ich euch sehr dankbar Ich hoffe es hat euch gefallen Und ja Dann sehen wir uns Bis zum nächsten Mal In diesem Sinne Ich bin draußen Und Gehabt euch wohl Tschüss Freunde Servus Bye-bye Bis zum nächsten Mal Tschüss